Nach dem Berg der Kreuze ging es weiter nach einen Angelversuch brach ich aber nach einer Viertelminute wieder ab, da mich die Paku-Mulsaianischen Möcken garantiert gefressen hätten. Übernachten konnten wir auf dem Parkplatz vor dem Paku-Mulsaianischen Stausee. Boah, das war jetzt aber ein Akt. Musik Gagstele Musik 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 In Gagstele besuchen wir den Hof von Viljus Orvidas. Musik Der leicht exzentrische, doch begabte Steinmetz und Bildhauer hatte hier einen einzigartigen Garten geschaffen. Musik 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 Je weiter wir in Videos reiche ein Drang, desto schräger erschienen es uns. Musik Musik Von irgendeiner Seite fühlte man sich mal angeschaut und erwartete direkt, dass einem die Gesichter und Skulpturen ihre Geschichte erzählen. Skulpturen, alte Werkzeuge und Vorrichtungen für irgendwas wechselt sich auf dem Pfad an. Untertitelung des ZDF, 2020 Man konnte sich lebhaft vorstellen, wie in den alten Hütten und Schuppen Willius seine Werke schuf. Den Gesamteindruck dieses Parks kann man ganz gut mit den Worten schräg, skurril, spooky, beeindruckend und faszinierend beschreiben. Eine absolute Novität, die es zu besuchen wirklich lohnt. Musik Wir haben die Glocke ausprobiert. Wir inspizierten noch kurz das Panzerrack und fuhren dann weiter nach Klaipeda. Musik 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 Die alte Hafenstadt Klaipeda erwies sich einerseits als hübsches Städtchen, auf der anderen Seite aber auch als gigantische Baustelle. Musik 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 Was wir beim ersten Hinsehen für einen Imbisswagenbrand gelten, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als Live-Räucherin. Musik 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 Die Suche nach einem Platz für die Nacht erwies sich in der Gegend von Klaipeda jedoch als Vollkatastrophe. Gut 90% der Bevölkerung war bereits am Strand. Musik Musik Und natürlich vor uns. Musik Wir fuhren ein gutes Stück die Küste weiter hoch nach Norden, in Richtung einer kleinen Katastrophe, die es allerdings erst im nächsten Video zu sehen gibt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.